Was ist Transplantationspflege? Die Transplantationskrankenpflege ist ein Bereich des Pflegeberufs, der sich auf die Betreuung von Transplantationspatienten, einschließlich Spendern und Transplantatempfängern, konzentriert. Diese Patienten haben oft komplexe und einzigartige medizinische Bedürfnisse. Transplantationsschwestern arbeiten, um Patienten mit einem höheren Behandlungsniveau und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Ergebnis zu versorgen. Menschen, die in den Transplantationsberuf einsteigen möchten, müssen eine Krankenpflegeschule abschließen und eine zusätzliche Ausbildung in diesem Bereich absolvieren. Viele schließen sich professionellen Organisationen an, indem sie eine Prüfung ablegen und sich zur Weiterbildung verpflichten, um die Zertifizierung aufrecht zu erhalten. Ein Aspekt der Transplantationspflege umfasst die Pflege von Menschen, die Organe, Gewebe, Knochen und anderes Material spenden. Dazu gehören Menschen wie lebende Spender für Verfahren wie Nierentransplantationen sowie die Betreuung von Patienten mit Herntod in Vorbereitung auf eine Organentnahme. Diese Patienten erhalten die bestmögliche medizinische Versorgung, bevor sie erklären, dass sie für eine Spende geeignet sind. Dies gilt auch nach der Entscheidung ihrer Familienangehörigen, eine Spende zuzulassen. Die Transplantationskrankenschwester muss den Körper des Patienten so gesund wie möglich halten, um Schäden an den Organen zu vermeiden, und unterstützt das Transplantationsteam bei der Vorbereitung des Patienten auf eine Organernte. Transplantationskrankenschwestern kümmern sich auch um Transplantationsempfänger. Dies kann umfassen, dass Krankenhauspersonen, die auf Organe warten, Pflege erhalten, Patienten auf der Warteliste darüber informiert werden, wie sie sich nach einer Transplantationsoperation selbst versorgen müssen, und Patienten auf andere Weise unterstützt. Wenn ein Organ verfügbar ist, kann die Transplantationsschwester den Patienten auf die Operation vorbereiten. Nach der Operation überwachen Krankenschwestern ihre Patienten, bilden Patienten und Familie aus und koordinieren die Pflege, um sicherzustellen, dass die Patienten die für sie notwendige Pflege erhalten. Das Arbeiten in der Transplantationskrankenpflege kann die Fähigkeit erfordern, in chaotischen, stressigen Umgebungen zu funktionieren. Ob Krankenschwestern bei der Organentnahme oder bei der Transplantation helfen, die Emotionen neigen dazu, unter den Freunden und der Familie des Patienten hochzugehen. Es gibt auch einen erheblichen Zeitdruck, da die Menschen daran arbeiten, das Spenderorgan schnell einzurechten und den Patienten in den kritischen Tagen nach der Transplantation auf Anzeichen von Abstoßung, Infektion und andere Komplikationen zu überwachen. Transplantationskrankenschwestern müssen aufmerksam, ruhig und organisiert sein. Karriere in der Transplantationspflege führt die Menschen in der Regel in städtische Gebiete, wo sie in Transplantationszentren arbeiten können. Einige Krankenschwestern können zwischen Einrichtungen reisen. Krankenpfleger auf Reisen können im Laufe des Arbeitsjahres mehr Geld verdienen, aber die Arbeit bietet weniger Möglichkeiten für die Kontinuität der Pflege, verringert die Möglichkeiten, Verbindungen zu Patienten herzustellen und enge Arbeitsbeziehungen zu Ärzten aufzubauen.